Drei Beweise für die Wahrhaftigkeit des weißen Messias. Erster Beweis. In einer Überlieferung des heiligen Propheten des Islam Frieden und Segenanlass seien auf ihm, heißt es, dass es zwei Zeichen zur Unterstützung des Merdi geben wird, die seit der Erschaffung der Himmel und der Erde noch nie aufgetreten sind. Diese beiden Zeichen seien demgemäß Sonnen- und Mondfinsternisse, die an sehr spezifischen Tagen während des Monats Ramadan auftreten würden. Im Jahre 1894, wenige Jahre nachdem Hazard Mazarullah Mahmud, Friede sei auf ihm, seinen Anspruch als Prophet und Messias verkündete, waren Indien und der Subkontinent Zeugen einer Finsternis, die am ersten der drei Tage des Vollmondes und im Ramadan aufgetreten waren. Im folgenden Jahr, 1895, hatte die USA eine Finsternis erlebt, die am zweiten der drei Tage des Vollmondes wieder im Ramadan aufgetreten war. Nun wissen wir natürlich, dass Finsternisse nichts sind, was von Menschen gemacht werden kann. Noch gibt es auf dem Planeten eine Technologie, die ein solches Spektakel erzeugen könnte. Das muss also das Werk Gottes gewesen sein. Dies ist ein klarer und unabstreitbarer Beweis zur Unterstützung der Wahrhaftigkeit des heißen Messias. Zweiter Beweis. Das Vollbringen von Wundern wird oft mit dem Prophetentum in Verbindung gebracht. Jesus soll die Kranke heilt haben, Moses soll das Meer geteilt haben und Jonah soll den Bauch des Wals überlebt haben. Bei einer Gelegenheit während der Zeit des Propheten Messias erkrankte ein Schüler namens Abdul Karim schwer an Tollwut. Zu dieser Zeit gab es absolut keine Heilung noch irgendein Medikament, das Abdul Karim heilen könnte. Also betete der feiste Messias für die Genesung des Schülers und Abdul Karim erholte sich auf wundersame Weise. Ohne menschliches Eingreifen kann dies nur auf das Wirken Gottes zurückgeführt werden. Ein zweites Wunder während der Zeit des Propheten Messias ist, wie er über die Nacht die arabische Sprache perfektioniert hatte. Wie lange würde es mich oder ein von uns brauchen, eine Sprache zu lernen? Mehrere Jahre. Selbst Personen, die dies studiert haben, finden es schwierig, sich als Experten in einer Sprache zu zitieren. Der verheißene Messias erhielt eine Offenbarung von 40.000 arabischen Wörtern über Nacht. Eine Sprache, die allgemein als einer der kompliziertesten Sprachen der Welt bekannt ist. Auch dies kann nur auf das Wirken Gottes zur Unterstützung der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias zurückgeführt werden. Dritter Beweis. Aus der Geschichte des Propheten können wir sehen, dass sie immer in ihren Ansprüchen und ihren Missionen siegreich waren. Ebenso war der verheißene Messias siegreich in seinen Ansprüchen und seinen Missionen. Der verheißene Messias erhielt eine Prophezeiung von Gott, dass ich deine Botschaft bis an die Enden der Welt bringen werde. Nun erhielt der verheißene Messias diese Prophezeiung in einem ländlichen Dorf namens Skadian in Indien, einer gänzlich unbekannten Stadt für die Welt. Nun können wir sehen, dass etwas mehr als 100 Jahre später seine Botschaft und sein Anspruch über 200 Länder auf der ganzen Welt erreicht hat. Das ist fast jedes Land auf diesem Planeten. Wer kann jetzt sagen, dass seine Botschaft nicht bis an die Enden der Welt gelangt ist? Dies sind klare Beweise für die Wahrhaftigkeit des feisten Messias.